Gestohlene Minuten, peinlich nasses Mitarbeitergespräch. Lina soll schon vor dem vereinbarten Termin ins Büro ihrer Chefin kommen. Vor dem Mitarbeitergespräch ist sie aufgeregt und muss wahnsinnig nötig pieseln. Sie kann es kaum noch einhalten und rutscht unruhig auf dem Stuhl umher, bis sie schlussendlich aufgeben muss und die Vorgesetzte sie komplett eingepinkelt vor sich sitzen sieht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage